Also es drehte sich hier um das Video, das die Ukrainer hochgeladen hatten, von Separatisten, die sich miteinander unterhalten hatten, über den Abschuss und so weiter. Wir haben auch schon selber mal die Aufnahmen geladen in einem professionellen Audioprogramm und angeguckt und dann festgestellt, naja, es ist eine Best-of, beziehungsweise Worst-of-Compilation, die aus den abgefangenen Funksprüchen und Telefonaten haben die Ukrainer die wichtigsten Sachen zusammengeschnitten. Es sah für uns sehr unverdächtig aus, aber, 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 die Russen-Medien und natürlich fast alle alternativen Medien hier im Westen behaupteten, nein, das Video sei Fake, weil die Zeitangabe nicht stimmt. Das Video sei angeblich entstanden einen Tag vor dem Abschuss oder Absturz. Okay, was war passiert? Ein russischer Blogger namens G. Morda oder so ähnlich, wenn man das aussprechen mag. Ein russischer Blogger hat sich dann das Video runtergeladen von YouTube. Hochgeladen wurde es von ukrainischen Regierungsfunktionären. Diese MP4-Videodatei wurde dann von diesem russischen Blogger wieder hochgeladen bei einer russischen File-Sharing-Seite namens argost.net. Und wenn man so eine MP4-Datei, diese MP4-Datei, wenn man sich die dann anguckt, die Beschreibungen, die Metadaten auf diesem russischen File-Sharing-Network, dann sieht man hier unter dem Eintrag Creation Time, also wann die Datei, die ursprüngliche Datei entstanden sein soll, sieht man hier den 16.07.2014, also einen Tag vor dem Absturz, Abschuss. Uh, was war das für ein großes Skandal. Die ganzen Pseudo-Journalisten aus den alternativen Medien haben da gleich einen riesen Wind rumgemacht. Wir haben hier beispielsweise den Clip von Paul Joseph Watson, Infowars. Hier ist der Kanal Prison Planet Live. Außerdem sehen Sie hier, Paul Watson wurde eingeladen von Savage Nation, der Show Michael Savage. Also eine Radiosendung, die noch mehr Millionen Zuhörer hat. Und Savage ist ein paar Mal so groß wie Alex Jones, was das Publikum anbetrifft. Also selbst dort konnte Watson seine Sachen da verbreiten. Hören wir kurz rein. Also hier geht es dann um diese angeblich mysteriöse falsche Zeitangabe von diesem Video. Wir hören uns das Ganze kurz an. Und sehen Sie, wenn es tatsächlich wurde. Das gibt uns die Datei der 16.00 Uhr, der Tag bevor die Malaisian Airlines flight wurde verbreiten. Also zumindest wenigstens, das kann man Paul Watson noch zugutehalten, ich habe auch schon mal mit ihm gearbeitet. Zumindest sagt er, naja, diese Timestamp, diese Zeitangabe, wann das Video angeblich die ursprüngliche Datei entstanden ist. Die Angabe ist nicht bestätigt. Aber dann spekuliert er schon wieder, dass wenn es denn so zutreffen würde, dann wäre das ja ein Beweis, dass das Video einen Tag vorher geschaffen wurde. Und wir haben unsere Conspiracy. Die meisten, also 99 Prozent aller sogenannten alternativen Medien im Westen plappern ja nur den Mainstreamer aus dem Osten nach. Und deswegen haben die meisten anderen eben auch genau dieses Bild hier genommen. Das ist, sehen Sie hier oben, von dieser russischen, das ist von dieser russischen Filesharing-Seite. Also fast alle haben dieses Bild dann verwendet und gesagt, oh Gott, das ist doch jetzt definitiv eine Fälschung. Oder sehr wahrscheinlich eine Fälschung. Dabei hätte eigentlich jedem klar sein müssen, dass solche Timestamp-Angaben von vornherein nicht wirklich überzeugend sind. Weil viele Leute, die dann, viele Kameras, die verwendet werden oder viel anderes Equipment, hat dann oft falsch eingestellte Datumsangaben. Also das ist meistens immer sehr, 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 sehr zwielichtig. Auch Computer oder PCs oder was auch immer. Dann hat man natürlich noch die Frage, bei dem Transcoding und im Hochladen, da passiert auch manchmal was. Und genau das war nämlich der Fall bei diesem Video. Und zwar hat hier MetaBunk sich das vorgenommen und sogar einen Versuch gemacht, den jeder nachmachen kann. Also jemand hat dann einfach mal zwei Videos gemacht, nämlich einfach einen Bildschirm abfotografiert mit der aktuellen Zeit und dem aktuellen Datum. Das zweite war das heruntergeladene Video von YouTube. Das eine war eine MOV-Videodatei, das andere eine MP4-Videodatei. Beide Dateien wurden hochgeladen auf dasselbe, auf dieselbe russische File-Sharing-Plattform. Und dann guckte man eben auch diese Metadaten an. Bei der MOV-Videodatei, also eine Art Quicktime-Format, da war dann der Timestamp korrekt. Bei der MP4-Datei, die er direkt von YouTube runtergeladen hatte, war allerdings der Timestamp falsch. Da wurde quasi genau ein Tag abgezogen. Und genau das ist hier passiert bei diesem Rebellen-Video, was dann dieser Russen-Blogger von YouTube runter hat und dann bei dem russischen File-Sharing-Netzwerk dann hochgeladen hat. Also, hier der Versuch auf Exempel, boom, bingo. MP4-Datei hochgeladen, einen Tag verfälscht, war dann die Timestamp. Also, wie gesagt, so arbeiten leider die sogenannten Journalisten. Also ich sag, dass dieses Video mit der Buk-Rakete zum Beispiel, die dann hastig wegtransportiert wurde, allemann schon nach von den Separatisten. Dieses Video wird heute noch von 99% aller sogenannten alternativen Medien als blanke Fälschung bezeichnet. Es gab zwar keine überzeugenden Beweise dafür, dass es tatsächlich eine Fälschung war, beziehungsweise in der Ukraine aufgenommen wurde. Aber das reicht den sogenannten alternativen Medien. Es sind keine Journalisten. Sie können nichts. Oder sie haben zumindest erhebliche Schwächen und sollten eigentlich, ja, langsamer anfangen, Gegendarstellungen zu publizieren, wenn sie nicht völlig ihre Glaubwürdigkeit zerschießen wollen. Aber ich meine, auch das Publikum leidet ja längst schon an Wahrnehmungsstörungen. Das heißt, alles wird in dasselbe Muster gepresst. Und ich kann mich nur wiederholen, wenn es dem westlichen Establishment oder irgendeinem Establishment mehr nützt, ausnahmsweise mal mehr nützt, die Wahrheit zu erzählen, dann stürzen die sich auf die Wahrheit mit Begeisterung. Und ich kann mich nur wiederholen, wenn es dem westlichen Establishment mehr nützt, die Wahrheit mit Begeisterung ist, dann stürzen die Wahrheit mit Begeisterung.